das kommt hier noch nirgends wohin ich glaube das kommt hierhin ja wir sind gleich fertig ein bisschen länger gedauert als sonst also ich muss sagen ich habe ich habe nichts gegen das spiel also kann sein ich kann es mittelmäßig bewerten sage ich mal so auf jeden fall für die für das bisschen geld da kann man kann man sich doch nicht beschweren muss ich muss ich einfach mal so sagen dass man das so schlecht bewertet ich glaube das kommt das kommt so rein ne ich bin ich bescheuert so dann kommt das so kommt das gut schon haben wir die karte fertig ah ok ach so ok ja deswegen meine ich sollte mich ich sollte mich erst ich sollte erst die karte lesen und wir haben schon wieder ein achievement wir sollten erst die karte lesen ich finde das spiel ist perfekt also wir sind wieder ein geist tippe auf die karte um den wolfsberg zu gelangen ob zu dem wolfsberg zu gelangen also ich meine ich sollte mich erst mal nicht beschweren wolfsberg wolfsberg wo ist denn der wolfsberg hier sind wir gerade wo ist der wolfsberg ich wollte wolfsberg wo ist der ich weiß gar nicht wo der ist hier ist die pine street central street ich sehe aber gerade keine wolfsberg wir befinden uns auch momentan in der central street ich muss sagen ich sehe gerade keine ne ich sehe gerade keine hä was bin ich da ich habe irgendwie ich habe außerdem irgendwas geklärt ich wollte eigentlich aus der karte rausgehen ähm aber gut sind wir jetzt da damit können wir nichts machen äh sammle alle zahnräder und repariere den kran ach so ja natürlich wofür brauchen wir denn jetzt einen kran um die mauer zu gelangen oder was ich glaube hier ist sogar ein spalt offen ne ach so das ist ein graben ach so okay okay was ist das denn jetzt sieht aus wie ein knochen oder wie ein fuß oder so weiß ich nicht also wenn es wirklich ein knochen ist was sehr danach aussieht dann nehme ich den natürlich auch immer in die hosentasche dabei mit ein fass voller benzin ja zündig nochmal an ne äh lässt den hier einfach untersuchen ok was sollen wir hier noch da sind die zahnräder ähm äh der ist doch auffällig ne auffällig auffällig ähm zahnrädermäßig wo sind hier ein paar zahnräder ich sehe kein zahnrad ich glaube hier ist auch kein zahnrad mehr äh ja 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 zum schloss sagt er nichts ok ja aha ich weiß ja das klicken ist hier nicht so genau das mag ich nicht so ich dachte das wäre so ein arm der da so liegt ähm hier ist wieder so ein diamant sollen wir die wahrscheinlich wieder oder ja es sieht aus wie ein diamant weiß ich nicht was es ist ähm soll man die später vielleicht farmen ist hier ist hier ist hier ist hier ist hier ich glaube hier ist keiner mehr ähm Baum und Dings haben wir untersucht ja es äh es äh sind irgendwie alle in Baumgruppen oder so versteckt ähm hier muss eigentlich noch eine sein hm ist es aber nicht wir brauchen nur noch drei stück sind sie vielleicht gar nicht auf der karte ich guck jetzt absichtlich in diesen unscharfen hintergrund weil man weiß ich es ja nie ne ähm hm ja aha sollen wir vielleicht auf die karte noch irgendwo anders hin na wir können ja nirgends wo anders hin ne aber irgendwo hin irgendwo hingehen nur um zwei Zahnräder zu finden äh wie komme ich jetzt wieder achso hm ich bin ganz bisschen überfragt ja 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 und ich möchte mir keinen pullen da wir schon auf so einer einfachen Schwierigkeits äh grad spielen hm der muss doch hier sein hier muss doch drei Zahnräder das ist nicht viel oder können wir die äh ne ich wollte grad sagen vielleicht können wir schon die die wir haben da ranschließen ein Mechanismus ein Mechanismus ähm ähm können wir nirgends wo hm ich finde ich der Radius zum klicken ist immer so groß ne wenn ich jetzt hier hinklicke dann äh geht er zum Baum oder wenn ich hier hinklicke ah ok aber kannst du den nicht du kannst den nochmal genau angucken oh hi hi Herbert ähm ja ja vielleicht sollte ich mal offline gehen wenn ich aufnehme äh vergesse die in letzter Zeit ja aber ja das doch ist das nicht eine Schnur oder so kann man das vielleicht anzünden man weiß denn die hm achso ja ok logisch ähm achso da können wir den vielleicht füllen ne mit Benzin das ich musste mich wohl täuschen aber der braucht auch Benzin ja der braucht auch Benzin können wir damit achso ah ok ist hier ein Zahnrad was war das denn ähm ein Zahnrad die sind Handschellen da ist ein Teddy da guck der ist der guck der der Blick ist grün passt auch voll zu diesen todel 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 zu den Schädeln äh hier muss doch bestimmt noch ein tatsächlich wird das Spiel doch ein bisschen an äh anforderlicher achso hier ist wieder ok ich merke das nicht immer wenn diese Leiste kommt ein Helm ist das ein Helm das ist ein Helm ein Bügeleisen was macht denn hier ein Bügeleisen ist das kein Bügeleisen eine Gabel ist da eine Rose 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 puh das ist hier gar nicht so leicht eine Rose zu finden da ist die Rose wobei doch die ist ja auch völlig ähm Bügeleisen da ist ein Bügeleisen schon ein bisschen schon ein bisschen alt äh ein Pfeilschwein Teekanne Schleuder und Brille das war die Brille die Schleuder ist das nicht Schleuder ok das ist keine Schleuder das ist die Teekanne ähm Schleuder ist das die Schleuder nein das ist ein Pfeil ich verwechsel hier alles ne das ist was ist das denn sieht merkwürdig aus ich erkenne es gerade nicht äh äh ähm das ist die Schleuder ne ja jetzt brauchen wir noch ein Schwein das ist das hätte man auch Sparschwein nennen können aber gut äh ein Hase das ist der da äh Handschellen das ist das da ein Tacker ein Buch eine Vase eine Vase eine Vase hm wo soll denn hier eine Vase sein ich weiß gerade gar nicht puh wo soll hier bitte eine Vase sein ich sehe nicht und takta 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 sehe ich gerade auch nicht ähm ich möchte nicht so überall rum klicken weil das macht einfach das Feeling kaputt weißt du was ich meine also man soll hier was suchen und das trainiert man ja auch mit der Zeit und achso das war die Vase die habe ich überhaupt nicht gesehen und ich habe gerade wieder rumgeklickt klatsch mit der Mauszeiger klatsch so bam 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 äh so ein Tacker takta 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 das ist ich weiß nicht was das ist hm ein Tacker ein Tacker ist das das ist doch ein Tacker sieht aus wie ein Tacker das ist ein Tacker ach so ja das ist ein bisschen älterer Tacker ich dachte jetzt an so einen neuen äh ein Schädel sehr sehr schwer war ja sehr kleiner Schädel so da ist noch ein Zahnrad gewesen äh ich denke hier ist jetzt kein Zahnrad mehr so äh jetzt bräuchten wir noch ein Zahnrad das letzte Zahnrad sogar oh Moment was ist denn da haha hi können wir die haha können wir die haha können wir die einfach anzünden was äh wie sollten wir den denn bitte fallen lassen oder wegkriegen hier ist zwar Benzin das war aber leer also war er eigentlich voll aber ne ist jetzt natürlich leer oder nicht mehr zu gebrauchen da wir einen Liter okay einen Liter nicht 5 Liter oder 10 Liter wahrscheinlich äh schon haben ja ich hab verstanden hm hier drin ist nix mehr oder sollte nix mehr sein ähm wollte ich gar nicht hin äh irgendwo für irgendetwas brauchen wir den Baum äh das hier ich weiß aber gar nicht für was ah jetzt müssen wir diese 10 Steine sammeln ah ok stimmt ok ja ich bin ich bin bisschen unkonzentriert sag ich mal was was das was die Bewegungen angeht ähm weil ich wusste nicht dass jetzt hier was neues dazu gekommen ist ähm stimmt da sind ja die Steine perfekt ist das kein Stein das sieht aus wie ein Stein äh wo sind jetzt die Steine äh ich hab so oft diese Steine gesehen warte ich weiß aber noch wo Steine sind nicht der aber den meinte ich jetzt nicht ähm hier drinnen ähm da da und da denn drei Stück brauchen wir noch ist das ein Stein ne wohl nicht ähm denn ist sind wahrscheinlich die Reste der Steine im Busch was Böses im Busch muss man immer aufpassen ich denke mal dass die hier sind mh 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 ich guck ganz genau jetzt hier vorne ist nix hier vorne ist nix hm ist doch wohl nix drin äh dann geh ich hier wieder zum Baum hier sollten dann die restlichen Steine sein aber das sieht aus wie ein Stein Mann hm hier wird dann immer alles vorgesagt ich finde das manchmal ist es wirklich praktisch sag ich mal so aber dann kann man sich eine Hilfe suchen aber das mit den ständigen Vorgesage ist ist ein bisschen nervig kann man den Pilz weg machen dann braucht man halt etwas länger von der Spielzeit her aber ich finde das ist ja eigentlich egal das macht das Spiel ja eben aus oder solche Spiele eben aus nicht nur das Spiel ähm kann man vielleicht ne die vielleicht auch weg machen ne kann man nicht irgendwie ne warum auch ne aber ich sehe grad keinen Stein mehr ok nochmal ganz kurz hier angucken ob ich hier irgendeinen übersehen habe kann ja mal sein aha so jetzt brauche ich den letzten können wir hier irgendwas ich bin immer noch ich bin irgendwie mit dem Fuß möchte ich irgendwas machen irgendwas weg haken wie ne Hake halt wieso brauchen wir eigentlich 10 Stück reicht nicht schon eine aus wieso das jetzt hier geblinkt hat das einen Grund hat das einen Grund was hat grad grad hier geblinkt aha so und dann kommen wir auch zum letzten Zahnrad ja 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 ok machen wir es so haben wir mal ne nette Kette gebastelt so tschau bist sehr schön animiert so zum glück ist er jetzt in der Hintergrund und Schärfe und jetzt haben wir die 10 Zahnräder äh wie nur eins gekennzeichnet ist aber gut achso müssen wir die da hinbringen auch nicht schon wieder solche Rätsel äh wahrscheinlich kommt hier das große hin dann da dann kommt das da hin ja ok das ist dann doch wohl ist recht easy äh nein das nicht da das kommt hallo äh die treffen sich nicht oder doch die treffen sich glaube ich denke ich jetzt aber mal das ist nicht richtig Moment kommt das vielleicht da hin nee das dachte ich mir schon äh ja kommt ok das kommt da wahrscheinlich hin dann kommt das nicht da hin das kommt hier so ein kleines hin nee nee kommt das hier hin ich brauche so ein mittelgroßes ich denke dann das hier denn das hier ja perfekt das dann schon mal richtig äh nein da das ist falsch äh etwas größeres perfekt ähm ist das nein das ist hier dann ja und dünn hier und schon klappt das ganze ähm und jetzt haben wir den Trucker wahrscheinlich müssen wir äh starten den Kran ja ja wusste ich schon was wir wollen wir wollten doch nur Benzin tanken äh was können wir jetzt machen was hä das kann ich achso okay ich glaube das ist schon fast richtig ne das ist wirklich richtig das war jetzt aber nur Zufall äh so das nee das ist nicht richtig ne ähm ich brauche ein grünen äh und ein pinken ein grün und ein pinken das hier ne das ist nicht grün ich bin farbenblind wohl schon äh 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 kann man die drehen die kann man nicht drehen ne ne die kann man nicht drehen kann man als Vorurteil nutzen äh bin ich grad ein bisschen überfragt ich mach jetzt mal was anderes äh das ist das ist korrekt ne okay dann kommt das ich glaube hier hin dann müsste jetzt hier irgendwie ein Teil hin ich mach jetzt hier weiter äh ja dann hier das klingt ganz schön weit auseinander ne aber ich sage jetzt mal nix ähm zwei grüne da sehr kompliziertes Kabel so und dann kommt das letzte hier hin okay oh mein Gott ey ne er tut ja schon so als wäre das normal dass man so ein Bein als äh Halterung nutzt ne aber hey ähm was sollen wir jetzt damit machen äh 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 was hat das jetzt genau gebracht versuche die Burgtule zu öffnen achso müssen wir das achso 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 hm jetzt müssen wir hier irgendwas verbinden um was zum laufen zu kriegen warte mal das müsste denn eigentlich damit ne das geht gar nicht achso äh 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 das ist jetzt ne Sache die ich nicht verstehe die kann man so zwar verbinden äh 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 das macht gar keinen Sinn wahrscheinlich macht's schon Sinn aber versteh ich's grad wohl nicht